Roman kennen Millionen. Ludwig Ganghofers Schloss Hubertus. Das schönste und meistgelesene Buch des großen Erzählers und Dramatikers. Jetzt in einer aufwendigen Neuverfilmung. Die Jagdleidenschaft entfremdet den Grafen Ege seinen Kindern. Mit allen kommt es zum Bruch. Ein Jäger, der nicht weiß, ob er hier stroffen ist oder nicht, den kann ich nicht brauchen. Wir beide sind fertig miteinander. Ich bin sowieso mit meinen Brüdern zur Jagd befohlen. Es ist eine sehr gute Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und wie werden sich deine Brüder zu unserer Heirat stellen? Sie werden der berühmten Sängerin gehorsamst zu Füßen liegen. Tut mir leid, Vater. Deine Jagdleidenschaft hat dich von allem losgelöst, was Leben eigentlich wirklich heißt. Aber so hübsch bin ich doch gar nicht. Noch viel, viel hübscher. Du redest mir da einen Verdacht ins Gesicht, den ich mir verbitten muss. Nur ein einziges Wörtel, Herr Graf, damit ich meinen Buben finde. Lass deine Hände von mir. Aha. Und in welcher Galerie kann man ihre Werke bewundern? Bis jetzt in keiner. Dann wundert es mich, dass sie ihre Modelle in höheren Gesellschaftskreisen suchen. Lass es mich, Herr Graf. Ich bin keine solche, nicht jemand, das eine Mal abbusselt, das andere Mal beleidigt. Das habe ich dir mitgebracht. Hast du dir was dabei gedacht? Ja. Dass wir zwei zusammenkehren und dass uns nichts mehr auseinanderbringen kann. Da sie nun entschlossen sind, die Ehe miteinander nach Gesetz und Ordnung der heiligen Kirche Gottes einzugehen. Er schafft Zeiten, jetzt kommst du aber mit. Jetzt lauten's mal. Schaut, dass es hier kommt. Hast du oder besser noch mal nicht? Euer Schiefer! Weißt du, was dein Vater zu mir gesagt hat? Ich hätte die Neigung, die erotische Veranlagung deiner Mutter in dir zu wecken. Na, jetzt soll er recht haben. Und den Weg mache ich nicht allein. Wenz, sag mir, wo es hingeht. Dass ich fortbleib von da. Regisseur Harald Reinl hat es meisterhaft verstanden, die Schönheit der Natur, Tiere auf freier Wildbahn und die Majestät der Berge in das spannungsvolle Geschehen einzubeziehen. Und wenn der zweite Adler kommt? Da soll er nur kommen. Fertig. Sichern! Sichern! Der Adler! Der Adler! Der Adler! Aber Adi! Gott Schwain! Schieß doch, Heinzloch! Schieß! Ludwig Ganghofers Schloss Hubertus. Ein großer, begeisternder, mitreißender Film, der die Ganghofer Renaissance einleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder für funk, 2017 Erw Bilder! Die Ganghofer Renaissance einleitet. Erw